Mit heftigen Bewegungen hat der Markt reagiert. Ihr seht, gestern Abend war der Markt noch hier oben. Das war vor der Fettentscheidung. Dann hier zur Fettentscheidung ein bisschen blau eingefärbt. Wir haben hier auch gerade ein Handelssignal gehabt, aber das ist schon Geschichte. Aber daraus, aus diesem Niveau ist der Kurs deutlich erstmal nach unten gestürzt. Jetzt allerdings fast wieder beim Dow Jones auf gleichem Niveau wie vorher und damit vergeben und vergessen könnte man meinen. Tatsächlich also heftige Bewegung. Insgesamt nichts Dramatisches zumindest mal passiert. Was die Gesamtauswirkung ausgeht, die Gesamtbewegung ausgeht, ist das zumindest mal erstmal wieder wettgemacht. Und wir sehen, dass so die jüngere Bewegung recht stark nach oben, Wackelpause. Gut, das war am heutigen Vormittag sozusagen. Jetzt haben wir hier den Anstieg am Nachmittag. Im Moment wieder in der Pause. Einigermaßen wackelig. Also es sieht eher danach aus, als ob die Abwärtsbewegung seit dem Anstieg, was den wir heute Morgen jetzt hier hatten, seit 11.30 Uhr, dass die Marktteilnehmer eigentlich davon ausgehen, neuer Aufwärts scheint schon die richtige Richtung zu sein. Und damit sich das übergeordnete Bild beim Dow Jones vielleicht sogar nochmal bestätigt wird. Also eigentlich ganz gute Voraussetzung. Allerdings muss ich eins dazu sagen. Nachdem der Rücksetzer hier so steil war, hätte ich mir jetzt sehr gut vorstellen können oder würde ich mir theoretisch wünschen, dass er nochmal runterkommt und dann erst nach oben. Das hätte nämlich den Vorteil, dass man sich bestmöglich hier positionieren kann. Also ganz wundern würde ich mich noch nicht, wenn der Kurs nochmal einmal auf der Abwärtsseite unterwegs ist. Bevor wir die anderen Amerikaner angucken, gucken wir deshalb auf den DAX. Das ist der DAX-Index jetzt hier. Und da seht ihr nochmal, das ist, was wir aktuell hier haben. Nach dem deutlichen Anstieg hier in dieser Woche jetzt hier vom 20. März an, jetzt eigentlich perfekt wäre ein Rücksetzer so in diese Zone 15.000. Bisschen drüber notfalls, aber 15.000, 14.800. Das wäre ein wunderschöner Rücksetzer, wenn der Korrektiv wäre auch nochmal für die bullische Seite. Schnell sollte er nicht sein, dann kommt nämlich ganz schnell nochmal die Abwärtsseite Richtung 13.800. Also wenn er wie ein Stein jetzt hier rein plumpsen sollte, im Moment sieht es ja nicht danach aus, aber wenn er das tun sollte, dann wäre das, entschuldigt, das ein Zeichen dafür, dass dieses Bild doch näher liegt, als sich das manch einer erhofft oder erwünscht. Also so richtig will ich davon noch nicht abrücken. Das wäre immer noch ein sehr typisches Bild und ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, wenn der Kurs nochmal höher ginge. Das geht natürlich auch, so was gibt es. Das wären dann sogenannte A, B und C Seitwärtskorrekturen. Also so könnte ich mir das Muster ebenfalls vorstellen. Also Variante 1 wäre das mit nochmal einmal einen Anstieg und dann erst runter oder die andere Alternative, dass wir jetzt schon mehr oder weniger runtergehen. Dann hätten wir hier mehr oder weniger die Stärke Abwärtsseite, dann hier die A, B, C Seitwärtskorrektur und die Fortsetzung nochmal darunter. Ich rede ganz schön bärisch eigentlich dafür, dass der Markt im Moment nach oben geht. Ja, zumindest mal beim DAX. Er müsste es theoretisch machen. Aber was muss schon zwingend, ich will das nicht vorhersagen, dass das jetzt als nächstes passiert. Allerdings haben wir eine relativ gute Idee, wenn dieses Teilstück, den Rest haben wir ja schon, den Abwärts hatten wir schon, das Ding hatten wir schon, wenn jetzt die Bewegung hier korrektiv runter geht, dann vergessen wir das ganz schnell mit der Abwärtsseite, zumindest vorläufig, und gehen erstmal davon aus, dass wir auch die alten Hochs hier nochmal durchstoßen. Nur wenn er jetzt hier, wie gesagt, doch nochmal nach unten wegknicken sollte, wofür es im Moment noch keine Zeichen gibt, aber wenn er das tun sollte, dann würde ich doch nochmal sehr auf die Abwärtsseite achten, dass sowas vielleicht nochmal passiert. Also es bleibt spannend. Ein Rücksetzer in diese Zone wäre klasse, auch um das zu definieren. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, was machen wir denn, wenn der Kurs jetzt höher geht? Na ja, an dem Bild ist dann nach wie vor das Gleiche, dann müssten wir das halt von diesem Neuen hoch, wo auch immer das dann liegt, nochmal messen und ausdenken. Zusammengefasst kann man aber sagen, aktuell die letzte starke Bewegung aufwärts, die nächste Bewegungsrichtung abwärts, die wird entscheidend sein von der Form. Ist sie sehr korrektiv, heißt es weiter nach oben, ist sie eher impulsiv, wird sie doch noch impulsiv werden, dann wäre es dann doch die Abwärtsseite. Aktuell im 15-Minuten-Chart sieht es aber erstmal nicht danach aus und deshalb sollte man da nicht super drauf zielen. Beim Dow Jones, naja, im Kleinen ein ähnliches Bild, nämlich das A, B, C, nur mit dem Unterschied, dass hier diese Abwärtsbewegung in Verbindung mit dem Fettgeschehnissen hier gelaufen ist und dementsprechend, naja, mal gucken, wenn man aber sich die Bewegung anguckt, ist das eigentlich sogar ein Fünfweller und der ist sogar überschneidungsfrei, denn dieses Hoch hier ist höher als das Tief. Es gibt ein bisschen Denksportaufgaben auf, aber zusammengefasst, die letzte starke Bewegung irgendwie nach oben, wie auch immer ihr das auffasst, das heißt, alles was wackelig runterkommt, wären eher Käufe auf der Long-Seite und nicht unbedingt, um sofort hier auf die Short-Seite zu wechseln. Dafür sehe ich im Moment überhaupt gar keine Ambitionen, deshalb meine Ausrichtung aktuell immer noch auf der Long-Seite, was das angeht. Das ist auch nicht großartig anders beim S&P. Beim S&P haben wir aber eine Besonderheit, da ist die Abwärtsbewegung nämlich tatsächlich nur dreiwellig gewesen und wir wissen, dreiwellig ist Korrektiv und Korrektiv ist die falsche Richtung, also wenn das die falsche Richtung ist, dann müsste ja eigentlich aufwärts die richtige Richtung sein. Naja, gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Ansonsten, hier haben wir auf dieses Signal, was wir hier hatten im 4-Stunden-Chart, so ähnlich haben wir das hier oben nochmal auf Tagesebene, das hatte ich eben schon mal rumgeschickt, beziehungsweise im Trade des Tages, also wenn ihr wollt, schaut euch das gegebenenfalls mal an. Da habe ich die entsprechenden Werte vorgeschlagen, wie ich mir hier einen sinnvollen Trade vorstellen kann beim S&P 500. Aktuell zumindest mal sehe ich hier keine Schwäche. Das Einzige, was man anmerken könnte, ist, dass der Teil, der Teil, der Teil bisher zumindest mal dreiwellig wäre. Also wenn es hier nochmal drunter ginge, wäre es jetzt auch nicht optimal, aber bis dahin haben wir viel Platz. Davon gehen wir jetzt im Moment nochmal nicht aus und solange es eher korrektiv runtergeht, ist auch in den nächsten Minuten das eher nochmal die Aufwärtsrichtung. Und wie gesagt, das Übergeordnete, das will ich euch jetzt nicht vermiesen, das guckt ihr euch selber nochmal an. Dazu habe ich ja schon was geschickt. So, in dem Sinne, gucken wir uns nochmal den Nasdaq an. Da haben wir diese Signallage nicht, also da ist keine diese komischen blauen Situationen. Hier diese blauen Marken, die sehr häufig für einen Ausbruch dann in eine bestimmte Richtung dann eben zumindest mal für ein gewisses Teilstück dann eben sprechen. Was wir allerdings haben im 5-Minuten-Chart ist nach dem letzten Anstieg eine Korrektur nach unten. Es ist klar hin und her und deshalb ist auch hier das erste, das aktuelle Anzeichen nochmal stark zu sehen. Also im Moment für die Nachmittagshändler unter euch würde ich dem Markt noch nicht wirklich unterstellen, dass er sehr stark und dynamisch auf der Abwärtsseite unterwegs ist, sondern die Aufwärtsseite als das wesentliche Moment hier ansehen. Erst wenn wir eine starke Abwärtsseite bekämen, eine Korrektur, dann folgt noch mehr. Viele sagen dann, ja, wenn er schon gefallen ist, weiß ich ja schon. Ja, aber es kommt ja nochmal eine Anschlussbewegung. Das ist ja das Ding, worauf wir uns immer beziehen, dass nach der Korrektur ja nochmal eine starke Bewegung entsprechend folgt. Das wäre ja eigentlich dann das, was man handeln kann. Ein bisschen ein Augentraining wäre jetzt hier, wenn man zum Beispiel diese Bewegung sieht, die latent 5-wellig ist, das Ding, was latent 3-wellig ist und anschließend die Fortsetzung nochmal nach oben, auch wenn dieser Rücksetzer zugegeben sehr, sehr klein ist, aber er ist zumindest mal richtungsweisend und Trigger über diese Zwischenhochmarken sind zumindest mal eine Indikation, was die Lieblingsrichtung des Marktes ist. Wenn wir das jetzt hier nochmal bekommen würden, dann hätten wir dann hier sogar eher die Situation, dass das vielleicht dann die 4. Welle ist und dann noch eine 5. sich anschließt und dann wird es spannend, ob der Markt nach der 5. eine Korrektur bringt und dann tatsächlich den nächsten starken Schub nochmal nach oben bringt. Wir haben ja schon gesagt, Dow Jones und Nasdaq sind eigentlich sehr stark. Der DAX so in der Kippe, der hat noch beide Varianten offen, aber nur der S&P ist im Moment ein bisschen wankelmütig. Allerdings haben wir dazu ja eine Marke schon, die eventuell für einen kurzzeitigen Tritt in den Hintern, vielleicht sogar für die Bullenseite eben gut ist. In diesem Sinne, also keine so schlechten Aussichten aktuell. Die nächste Korrektur und anschließend in die Trendrichtung nochmal rein. Scheint mir eigentlich eine Idee zu sein, die richtungsmäßig zumindest mal überzeugen sollte. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.